St. Pauli-Fans haben mich angeschrieben und haben sich darüber lustig gemacht, dass St. Pauli in der ersten Fußball-Bundesliga spielt und der HSV immer noch Zweitligist ist. Den gaben da so Sprünge wie, Hamburg ist braun-weiß. Aber dabei ist es der HSV, der der letzte Hamburger Verein ist, der in der ersten Fußball-Bundesliga drei Punkte geholt hat, obwohl er seit sieben Jahren in der Zweitliga ist, Leute. Da krieg ich noch roten Kopien! Die Nummer eins der Stadt werdet ihr nie! Die Nummer eins der Stadt werdet ihr nicht!